Das Ego ist wie ein Undercover-Agent. Es ist der Wolf im Schafspelz, fast perfekt getarnt, nur fast, denn das Ego ist nie vollkommen. Auch in seiner Bösartigkeit ist es nicht vollkommen. Denn sonst gäbe es keine Möglichkeit für uns, den Heiligen Geist zu wählen, der ja doch immer in unserem Geist präsent ist. Und das Ego zeigt sich besonders gern dann, als Wolf im Schafspelz, wenn es um unsere Werte geht. Unsere Werte, die uns so lieb und teuer und fast heilig sind in dieser Welt. Zu den Werten zählen auch Prinzipien. Und diese Werte, die halten wir hoch und heilig, weil sie glauben, dass sie uns in dieser Welt Stabilität geben, Sicherheit. Im geistigen wie auch im weltlichen Sinne. Wir glauben, die Werte halten die Welt irgendwie in Ordnung, können eine Gesellschaft in Ordnung halten. Und können uns selbst geistig, emotional, seelisch stabil halten. Aber das ist eine Illusion. Denn diese Werte, eben zum Beispiel Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Solidarität. Diese Werte dienen uns eigentlich oder dienen dem Ego eigentlich nur, um unser Opferdasein aufrechtzuerhalten. Unser Gefühl des Opferseins. Denn diese Werte, die oft ja moralisch sind, moralische Maßstäbe. Diese Maßstäbe legen wir an andere an. Wir sagen, unser Partner muss treu sein, muss ehrlich sein. Mein Arbeitgeber muss loyal sein, muss fair sein. Mein Chef muss fair sein. Und all dies. Unsere Werte sind also häufig einfach nur Erwartungen, die wir an andere, in andere legen. Moralische Maßstäbe, die wir an sie anlegen. Und wenn sie ihnen nicht gerecht werden, dann sind wir bitter enttäuscht und böse. Und das heißt ja nichts anderes, als dass wir uns wieder als Opfer fühlen. Wenn der andere nicht so ehrlich und so treu und so umsorgend und solidarisch und fürsorglich mit mir ist, wie ich es nach meinen Werten und Prinzipien erwarte, muss ich mich ja als Opfer fühlen. Aber ich bin das Opfer meiner eigenen Wertvorstellungen. Und niemand da draußen von all den scheinbar anderen kann meinen Wertvorstellungen wirklich in vollkommener Weise gerecht werden. Das geht gar nicht. Keiner ist immer ehrlich, immer treu, immer fürsorglich, immer freundlich und höflich und einfühlsam. Niemand ist das. Nobody is perfect. Kein Körper ist perfekt, wörtlich übersetzt. Das gleiche gilt, wenn ich diese Werte und Prinzipien für mich selbst einhalten will. Wenn ich diesen Maßstab an mich selbst anlege. Bin ich immer fürsorglich, bin ich immer einfühlsam, bin ich immer ehrlich, bin ich immer treu, bin ich immer freundlich und gütig. Nein, natürlich nicht. Niemand schafft das. Als Mensch ist es unmöglich, in derartiger Weise perfekt zu sein. Das heißt, dann werde ich selbst zum Opfer meiner eigenen Wertvorstellungen, meiner eigenen moralischen Maßstäbe. Also nochmal, all diese Werte dienen nur dazu, mein Opfersein aufrecht zu erhalten und zu bestärken. Sie sind perfekt getarnt. Und der Kurs sagt nun, er sagt nicht, wir sollen diese Werte alle überbaut werfen und jetzt in diesem Moment sofort aufgeben. Der Kurs weiß, das können wir gar nicht so schnell, so leicht, normalerweise. Er sagt, wir sollen sie hinterfragen. Sind sie es wirklich wert, darin zu investieren und unseren Geistesfrieden, unser Glück, davon abhängig zu machen? Nein, das sind sie nicht. Denn, wie gesagt, sie halten nur unser Opfersein, unser Gefühl des Opferseins aufrecht und natürlich dadurch unsere Besonderheit. Unsere individuelle Besonderheit. Wenn ich Opfer bin, muss ein anderer Täter sein. Wie komme ich aus diesem Karussell heraus? Indem ich mir einfach anschaue, was da in meinem Geist vorgeht. Ich schaue mir an, wie das funktioniert, was da abläuft. Ich schaue mir an, wie ich an meinen Werten festhalte, an meinen Prinzipien. Wie ich sage, nein, das mache ich aus Prinzip nicht. Denn ich habe da meinen Grundsatz, meinen Wert. Und wie das aber gleichzeitig mein Leiden aufrechterhält oder bestärkt. Das muss ich mir einfach nur anschauen und mich fragen. Ist es das wert? Kann ein Wert, ein abstraktes Prinzip, es wert sein, mein Glück zu verlieren, meinen inneren Frieden, meine Freude? Und jetzt kommt das Ego wieder um die Ecke und sagt, ja Moment, aber wenn du nicht an diesen Werten festhältst, nicht dich ihnen beugst oder sie nicht einhältst und auch von anderen gar nicht erwartest, dann bricht ja alles zusammen, dann kann ja jeder jeden belügen und betrügen und hintergehen. Nein, nein. Der taoistische Weise, Lao Tse, hat einmal gesagt, wenn wir unser, sinngemäß, wenn wir unser wahres Selbst entdecken und das Tao verwirklichen, die wahre Natur des Seins, dann werden wir zu einer natürlichen Moral kommen. Keine aufgesetzte Moral, keine Prinzipien und Werte, sondern wir werden ganz natürlich aus uns selbst heraus moralisch handeln. Und das heißt einfach nur liebevoll handeln, gütig handeln und denken vor allem. Das Handeln entspringt ja immer aus dem Denken. Es geht darum, liebevoll zu denken, gütig zu denken und dann werden wir auch höchstwahrscheinlich so handeln. Einfach aus unserer inneren Natur heraus. Und deswegen würde ich sagen, wenn es überhaupt einen Wert gibt, der wichtig für mich ist, dann ist es eine gewisse Ehrlichkeit zu mir selbst. Vielleicht ist das so ähnlich wie mit der Vergebung. Die Vergebung ist auch eine Illusion, wie alles andere in dieser Welt Illusion ist. Aber die Vergebung ist quasi die letzte Illusion, die uns hilft, uns von allen Illusionen und damit der gesamten Welt zu befreien. Und im Prinzip genauso glaube ich, dass es richtig und wichtig ist, dass ich ehrlich zu mir selbst bin. Nicht als Wertmaßstab, nicht als moralischer Maßstab, sondern einfach, weil es meinem wahren Wesen entspricht. Es geht auch nicht um ein Handeln in dieser Welt, darum, dass ich immer ehrlich spreche, darum, dass ich immer ehrlich handle. Es geht darum, dass ich ehrlich zu mir selbst bin. Das heißt, dass ich so bin, wie ich bin. Dass ich mir nichts vormache, mich nicht belüge. Dass ich den Schleier des Vergessens schließlich lüften kann, indem ich einfach nur so bin, wie ich bin. Eine natürliche Ehrlichkeit, die quasi auf einer höheren Ebene ist. Eine Ehrlichkeit, die bereit ist, sich meine Unehrlichkeit anzusehen. Eine Ehrlichkeit, die aus der heraus ich mich anschauen kann und sagen, oh ja, ich habe meine Werte und Prinzipien, aber ich verstoße ständig selbst dagegen. Und ich bin so oft nicht ehrlich. Und ich flunkere ein bisschen. Und ich schwindle ein wenig. Und ich tue ein bisschen so, als ob. Und wäre es nicht so von uns im Alltag, um sich durchzumogeln, um es sich angenehm zu machen. Und diese Ehrlichkeit muss ich aufbringen. Die Ehrlichkeit, meine Unehrlichkeit, mir einzugestehen, ohne mich dafür zu verurteilen. Aber sie mir einzugestehen und anzusehen. Und dann kann sie sich auflösen. Das ist der einzige Wert. Aber es ist kein Wert. Es ist eine Richtlinie. Es ist letztlich auch nur die Entscheidung für den Heiligen Geist statt für das Ego. Und dann